Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um Dividary. Und zwar ist Dividary ein persönlicher Dividendenkalender und warum ich das Ganze nutze. Ihr wisst es ja höchstwahrscheinlich, ich bin ja ein bekennender Nutzer von Portfolio Performance, einer kostenlosen Depotverwaltungssoftware, wo ich eben meine ganzen Käufe und Verkäufe eintrage und da eben eine langfristige Entwicklung meines Depots bzw. meiner Depots Mehrzahl eben verfolgen kann. Und da trage ich natürlich auch Ausschüttungen und Dividenden ein. Und da gibt es eine Schnittstelle zu Dividary und Dividary bietet mir eben hier einen Blick in die Zukunft, welche Dividenden ich denn erwarten kann. Und das Ganze eben ist nicht geschickt mit einer Schnittstelle, einer EPI, wo ich eben das synchronisiere und bekomme dann eben auf Dividary einen Einblick darüber, was ich denn in nächster Zeit so erwarten kann an Dividendenzahlungen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Kreiner vom broker-test.at, dem österreichischen Brokertest und Vergleicher. Und wie bereits angekündigt geht es um Dividary, ein Unternehmen aus Deutschland, die eben die Webseite dividary.com betreiben. Und das ist eben der persönliche Dividendenkalender. Das Ganze ist natürlich wie immer ungesponsert. Das heißt, ich verdiene da nada, nichts und ich bin auch nicht beauftragt worden oder sonst was. Das mache ich nicht, weil entweder ich bin von etwas überzeugt oder eben nicht. Und ich sage das, was ich mir eben denke. Ich zeige euch in drei Schritten. Zum einen, wie ich das Ganze im Portfolio Performance bzw. Dividary anlege, damit eben eine Synchronisation erfolgt und das fast automatisch. Dann zeige ich euch, was Dividary in der kostenlosen Version kann und was Dividary in der Bezahlversion kann und ob sich das Ganze lohnt oder eben nicht. Der erste Schritt ist, dass du in Dividary musst du eben einen EPI-Key, einen EPI-Schlüssel anlegen. Das ist ein persönlicher Schlüssel. Das heißt, du gehst da auf Dividary.com. Da legst du natürlich, so musst du dich zuerst einmal registrieren. Und unter Einstellungen findest du dann weiter unten Integration mit anderen Apps. Da hast du dann eben einen API-Schlüssel und diesen API-Schlüssel kopierst du in die Zwischenablage und dann gehst du eben rüber im Portfolio Performance und da unter Hilfe hast du den Punkt Einstellungen. Und unter Einstellungen gehst du dann eben weiter runter, EPI-Schlüssel, dann gehst du eben auf Dividary und gibst eben dort diesen EPI-Schlüssel ein und sagst dann eben Anwenden bzw. Anwenden und Schließen und dann machst du das Ganze schon. Und dann gehst du eben unter Online auf Dividary hochladen und da sagst du dann nur, wenn du bereits etwas hast, Achtung, beim Import wird dein bestehendes Depot auf Dividary überschrieben und dann shiftet er alle Informationen, also alle Informationen natürlich übertrieben, die I sind plus eben wie viel Stück, das man hat, shiftet er eben rüber zu Dividary und Dividary hat dann eben diese Informationen, welches Wertpapier habe ich und eben auf der anderen Seite, wie viel Stück davon. Und das sind eben genau die beiden Informationen, damit Dividary eben sagen kann, du lieber Andi Kreiner, du kannst dir dann im Mai 2022 von diesen Unternehmen, die du hast, diese Dividenden erwarten, weil wir wissen ja, diese I sind hast du und wir wissen auch, wie viel Stück das du hast und da weißt dann eben die Dividary, okay, mit so viel Dividende darfst du dann eben rechnen. Das Ganze funktioniert dann eben auch für ETFs. Bei ETFs ist es aber so, da habe ich nämlich auch mit den Gründern so ein bisschen geschrieben, dass sie leider vorankündigen, das eben nicht können, also du bekommst eine Vorankündigung für die Dividenden, das ist relativ klar, aber bei ETFs ist es so, dass sie eben von manchen ETFs vorab Informationen haben, wo eben Ausschüttungen passieren, aber eben nicht bei allen. Wenn ich bei Dividary einsteige, dann sehe ich gleich eben am Startscreen eben die Information, was ich denn in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten an Dividendenzahlungen erwarten kann, sehe eben dann für Mai, für Juni, was da eben reinkommt, habe eben hier im rechten Bereich eben auch die Möglichkeit, das Ganze zu sortieren, nach Zahltag beziehungsweise Ex-Dividendentag, kann dann eben noch sagen, Wertpapiere im Depot beziehungsweise alle Wertpapiere. Du kannst bei Dividary, wenn du eben einen Bezahlzugang dort hast, kannst du dann sogar bis zu drei Depots anlegen. Ich habe sozusagen nur ein Depot, aber das reicht mir, weil ich möchte ja eine Übersicht sehen. Sie haben da natürlich auch einen Blog, wo sie eben darüber informieren, was sich denn dort bei Dividary aktuell so alles tut. Dividary wird weiterentwickelt in einem größeren Ausmaß. Das heißt, du kannst da eben damit rechnen, dass sich in den nächsten Wochen oder Monaten immer mehr Funktionen hinzukommen. Da hat sich in den letzten Monaten auch schon so einiges getan. Dann gibt es eben den Menüpunkt alle Aktien. Bei den allen Aktien sozusagen alles, was eben Dividary so drinnen hat, über 27.000 Aktien sind das, wo du dann eben sagen kannst, okay, du möchtest jetzt eben mehr wissen, zum Beispiel meine Linzer Aktie, die Föst Alpine. Da finde ich eben dann die Information, okay, das ist die Easy-Wik-Ain, Börse, das Symbol und der Dividendenrhythmus. Die Dividenden, die sehe ich eben hier nicht. Das müsste ich eben lohnen. Löhnen. Und wenn ich da eben dann draufklicke, dann bekomme ich eben weitere Informationen, wie denn sich die Dividende sozusagen entwickeln, über die letzten Jahre kann das natürlich aufreißen auf, ja, über die letzten zehn Jahre, sehe ich dann weiter unten eben, okay, wann war denn der Ex-Dividenden, das Ex-Dividenden-Datum, Zahltag und so weiter, hat es eben auch Aktien-Splits gegeben, kann das Ganze eben per CSV eben auch noch herunterladen. Und das finde ich eben für so ziemlich alle Aktien, wenn ich zum Beispiel eben, zum Beispiel die RBI wissen möchte, Rifeisen, du findest das natürlich auch für Fonds, zum Beispiel da irgendwelche Nachhaltigkeitsfonds, ETFs und so weiter, das ist ja ein Schweizer ETFs, Atomreifisenbank International. Und auch hier sehe ich eben hier wieder die Dividendenentwicklung über die letzten, ja, mehr als zehn Jahre in diesem Fall, bis 2006 bekommst du zurück, bei der Fösterpine war es eben anscheinend keine zehn Jahre zurück, warum auch immer, also sozusagen sie dürften eben nicht alles haben und auch hier siehst du wieder Dividendenrendite, jährlich Dividenden, Dividendenwachstum, das siehst du eben dann nur, wenn du eben dafür bezahlst. Und ganz rechts hast du dann eben mein Depot, wo du eben dann eben die Information bekommst, wie sieht es denn bei dir im Depot aus, welchen Wert, wie viel Anteil ist das Ganze, den absoluten Wert. Und du siehst da eben auch Dividendenrendite auf Depotwert beziehungsweise die jährliche Bruttodividende. Und du kannst da eben auch umschalten auf Dividendenrendite auf Einsteinswert beziehungsweise jährliche Bruttodividende. Das ist eben dann fix und kannst dann eben da ein bisschen runterscrollen, was du dann eben so alles drinnen hast und was eben Gott nicht verboten hat. Du könntest dann eben weitere Dinge noch informieren und du siehst da eben auch einen Rückblick, einen Rückblick, was hat sich denn im März 2022 getan. Und das ist eben das, wo ich selbst dann eben, hey, voll gut, ich habe da einen Rückblick auf das letzte Monat. Das sind Bruttodividenden. Du kannst da nette Dividenden auch haben, dafür musst du wieder eben bezahlen. Warum das für mich durchaus interessant ist. Und zwar habe ich meine Märzpapiere bei mehreren Depots liegen. Und das ist natürlich, da trudel was ein, da trudel was ein. Und da ist dann für mich irgendwie so, hey, ich kann ja eigentlich genau diesen Auszug verwenden und im Portfolio Performance eben eintragen. Und das ist eben, Portfolio Performance ist für mich eben der Hort meiner Bewegungen. Das ist eben meine Zentrale, wo ich eben alles zusammenlaufen lasse und ich kann das natürlich eben irgendwie so, ja, aber trotzdem über alle Depots eben reinziehen und eben hochladen. Aber ich bin irgendwie ein fauler Hund und wenn man irgendwo ein bisschen Arbeit ersparen kann, dann ist das natürlich eine geschickte Sache. Und das wäre eben eine Möglichkeit, dass ich mir eben sage, es stimmt natürlich nicht auf dem Cent genau, weil Dividuare natürlich nicht die Dividendenabrechnung hat mit den Umrechnungskursen und so weiter und vielleicht irgendwelchen Kosten. Aber es ist ganz einfach wirklich eine ganz gute Geschichte, dass ich so Daumen mal Pi und ich verwende hier Portfolio Performance nicht als Buchhaltungstool, sondern als Controlling-Tool, als Steuerungsinstrument. Das heißt, das muss nicht auf dem Euro genau stimmen, sondern es geht mir einfach nur um die Richtung. Und für das ist eben diese Rückschau um dieses eine Monat für mich, hey, dann nehme ich doch das und trage das eben ein und ich spare mir eben dieses Zusammensuchen über die verschiedenen Broker. Und zwar bei den Einstellungen kannst du eben sagen, zeige Dividenden in der Währung von was, Euro, Schweizer, Franken, Steuersätze aktivieren und da eben, wie ich vorhin bereits angekündigt habe, da geht es eben darum, wenn du eben sagst, okay, ich möchte alles pauschal mit 27,5% besteuert wissen, dann wäre das eben eine Möglichkeit, dass du das eben dementsprechend umschaltest und du kannst natürlich auch E-Mails aktivieren, persönliche Dividenden über sich täglich, wöchentlich oder monatlich und die habe ich eben monatlich und das ist wirklich eine ganz super Sache, da bekomme ich einmal im Monat, was ich denn für Dividendenzahlungen im nächsten Monat zu erwarten habe und das ist einfach irgendwie schön am 1. Mai, dass ich dann die E-Mail bekomme und dann mir irgendwie so gefällt, hey, genau, in diesem Monat bekomme ich ja von Microsoft oder wen auch immer eben meine Dividende. Aber wie gesagt, bei ETS funktioniert diese Benachrichtigung noch nicht beziehungsweise eben nicht über alle. Wäre natürlich schön, wenn die ebenfalls inkludiert wären, wenn ich da eben bei meinen Ausschütternden ebenfalls die Information bekommen könnte oder würde. Push-Benachrichtigungen würden ebenfalls gehen, der API-Key-Bizzen-Schlüssel habe ich euch bereits gezeigt, für was das eben wäre und du kannst sogar einen Kalenderexport machen, damit du eben informiert bist über die Zahltage beziehungsweise über die X-Tage. Also das ist eher etwas für die Freaks, für diejenigen, die sagen, ja, ich muss unbedingt das da drinnen haben, damit ich mich irgendwie so ein bisschen frei habe. Mir ist das relativ bovil, wenn ich da so eine Daumen-über-P-Übersicht einmal im Monat bekomme, dann reicht mir das vollkommen aus. Aber jeder ist eben unterschiedlich und manche brauchen eben dieses Glücksgefühl, dass es eben einen Extra-Tag gibt beziehungsweise einen Zahltag für eine Dividende und wenn das eben dann am Konto eintrudelt, dann ist das für manche einfach ja ein Glanz Weihnachten. Dividare gibt es eben aber auch in der Bezahlversion. Sparfuchs versus Aristokrat und da heißt es eben 5 Euro pro Monat, drei Depots, Werbefreiheit, Jahresübersicht der Dividendenberechnung von Netterdividendenkalenderexport, Dividendenwachstum und Dividendenrendit, Dividendenrendit deines Unternehmens und einen besonderen Platz in unserem Herzen hält. Die müssen auch von irgendwas leben und das Ganze kostet eben 5 Euro pro Monat beziehungsweise wenn du das jährlich bezahlst, bekommst du einen Rabatt von 5 Euro, statt 60 Euro jährlich bezahlst du dann eben 55 Euro. Und wenn ich da eben sage Aristokrat werden, dann sage ich da eben monatlich möchte ich das Ganze bezahlen, dann werde ich eben zu Stripe, das ist eine Bezahlversion. So, jetzt bin ich Aristokrat und jetzt sehe ich natürlich auch meine Dividendenrendit auf den Einstandswert beziehungsweise meine Dividendenrendit auf die BOW-Wert. Jährliche Bruttodividende sehe ich dann ebenfalls. Und ich sehe dann eben auch bei den einzelnen Positionen, wie denn die Dividendenrendit ist, wie meine persönliche Dividende ist, weil ja der Einstandspreis eben unterschiedlich sein könnte. Bei Amazon Electric zum Beispiel aktuell 2,09, meine ist aber 4,40 oder eben zum Beispiel bei Microsoft 0,80 und meine ist 2,14, also durchaus okay. Und ich habe dann natürlich auch weiter unten die historische Dividendenübersicht über die, ja, über ganz viele Monate. Von September, ja, das geht eben zurück bis April 2021, über die letzten zwölf Monate und habe da eben auch wirklich eine schöne Übersicht, was sich denn eben hier so getan hat. Ich hoffe, ich habe dir jetzt einen kleinen Einblick geben können in Dividari. Das Zusammenspiel von Portfolio Performance in Dividari ist meines Erachtens wirklich hervorragend. Und vielleicht kennst du irgendein anderes Dividendenkalender-Werkzeug, ähnlich zu Dividari, wo du sagst, hey, das könnte ich dir empfehlen. Dann schreib doch ganz einfach unten einen Kommentar und sag, okay, welches nutzt denn du? Welches Werkzeug nutzt du, damit du eben weißt, was sich denn in der Zukunft tut bei deinen Dividenden, mit was du rechnen kannst. Denn Dividari bietet dir eben mit diesem Kalender, dein persönlicher Dividendenkalender, eine Vorschau und eben eine kleine Nachschau. Das Ganze gibt es eben in einer kostenlosen Version, die eben relativ bald abgeschnitten ist und in einer kostenpflichtigen Version, die eben dann 5 Euro pro Monat kostet. Ob es das einen wert ist, muss jeder eben für sich entscheiden. Die Macher hinter Dividari, die schauen eben, dass da immer mehr Features reinkommen. Das heißt, es lohnt sich da eben einen kostenlosen Zugang einmal und eben schauen, okay, wie entwickelt sich das Ganze. Mir gefällt eben dieses Zusammenspiel besonders, Portfolio Performance und Dividari. Ich hoffe, diese Vorstellung von diesem Programm hat dir ein bisschen gefallen. Wenn ja, schreib doch einen Kommentar drunter und unten in der Beschreibung findest du natürlich ein bisschen mehr über Dividari beziehungsweise eben auch einen Link zu meiner Telegram-Community, zu meinem Instagram-Profil, zur Webseite brocke-test.at und so weiter. Daumen nach oben, Subscription, bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von brocke-test.at Ciao. Daumen nach oben, bis bald und auf Wiedersehen. Abonniert da oben,